Das ist mein neues Golfbuch. Frau Muckli hat jetzt zugegeben, wird ein Bestseller. Genauso wie Single in 365 Tagen, ein Standardwerk, das erklärt, wie man schlechter Golf spielt. Oder die Paartherapie, ebenfalls ein Bestseller, ein Standardwerk, das erklärt, wie man besser Golf spielt. Ich habe beide Bücher gelesen, das hat überhaupt nichts bei mir genutzt. Das jetzt, Frau Muckli hat jetzt zugegeben, ist eine Ansammlung der lustigsten Kolumnen, die im Golf Swiss Magazine erschienen sind. Ah, das ist nur ein Dummy. Nein, es wird dünner. Aber es sieht geiler aus.